servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas da drüben geht irgendeine party ab auf dem sportplatz wir sind heute im bikepark planay unterwegs gewesen ich bin mittlerweile geduscht und wir fahren jetzt gleich nach hause die sonne knallt runter es ist ultra heiß aber es war richtig geil wir sind steep trails gefahren mich hat es fett auf die fresse gehauen seht ihr auch in dem video und ich würde sagen die letzten tage waren wir also die letzten zwei tage waren wir in ganz portus unterwegs ich weiß nicht genau was jetzt in dem video kommt was ich euch hier rein packt oder was gestern im lichee intro schon alles gekommen ist und ich wünsche euch wie immer viel spaß mit dem video wird sagen let's go viel spaß so Untertitelung. BR 2018 Das ist geil! Heiland! Alter, geil! Heiland! Oh! 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 Was ist das? so schön abstand halten auf so steilem scheiß gegenseitig weil sonst fährt man es nicht mehr rein so Oh, das ist gut. ja genau das meine ich hier es ist halt einfach kaputt gebolzt okay fahren wir da lang ja die wäre halt am cool so, die ist halt einfach rot, ne? ja 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.